Ich bin ca. 500 Meter nordöstlich vom Gaza-Streifen, von wo aus die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel angegriffen hat. Das ist Geil, ein paar von meinen besten Freunden. Ich habe sie in der Party verloren. Das ist der Krieg. Sie wollen uns zuerst. Der Name des Gottes ist Frieden. Wir wollen nicht mit jemandem kämpfen. Wir wollen Liebe. Wir versuchen, dass die Araber ihre Weibungen für zwei Monate verlassen werden. Hier im Westjordanland sehen die Palästinenser den Konflikt erwartungsgemäß ganz anders. Die jahrzehntelangen Besetzungen und die völkerrechtswidrigen Siedlungen sorgen für mehr als nur für Unmut. Der Zahl der Kinder, die getötet haben, könnte bis zu 10.000 Kinder kommen. Die Welt nicht sehen, außerhalb der Israel. Warum sehen Sie uns nicht als Menschen? Das ist die Menschheit. Die Kinder, die mit mir geschaffen, von der Betroffenen, von der Schleimung, von der Schleimung der Schleimung, Wenn die Erhäbische Macht um alle, die die Erhäbische Macht im Weltkrieg waren, dann sind sie Erhäbische Macht. Es ist nicht so, dass es einen Ende zu kommen. Das ist vielleicht das Ende des Starts. Tamir ist ein Wunderschön. Tamir wurde aus den Kibbutz mit 75 Mitglied. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG